Es ist nicht wichtig, dass ich lebe, nur, dass ich meine Pflicht tue. Was ist denn das für ein komischer Satz? Was macht er denn da jetzt, der einsame Wanderer? Das ist eine Einleitung zu dem Thema, das ich heute habe. Und dieser Spruch, der steht auf einer Bronzetafel am Strand der Insel Fehmarn. Und zwar am sogenannten Niobe-Denkmal. Die Niobe war ein Schiff und das ist 1932, etwa 8 Kilometer vom Strand aus, auf einmal versunken. Und ja, die Großteil der Menschen ist damals ertrunken, ein schreckliches Unglück. Und deshalb gibt es dort eben ein Denkmal. 1932 ist lange her. Und das Wesentliche ist, dass damals die Menschen noch anders geprägt waren. Nämlich kollektivistischer. Was heißt das? Nun, kollektivistisch, da hört man das Wort kollektiv. Da geht es also eher um die Gemeinschaft, das Gemeinschaftliche. Vielleicht auch das Aufgehen in der Gemeinschaft. Das Hinarbeiten auf die Gemeinschaft. Und damit einhergehen. Aber je stärker ich auf das Kollektiv hinarbeite und alle und die Gesellschaft, geht damit auch möglicherweise einher der Verlust an Individualität. Das heißt, ihr könnt euch Kollektivismus und Individualismus beispielsweise vorstellen wie ein Kontinuum. Links steht Kollektivismus, rechts Individualismus. Rücke ich von der einen Sache ab, nähere ich mich der anderen an. Das heißt im Augenblick, das ist so die These im Augenblick, es ist eine Unvereinbarkeit. Also weniger Individualität bedeutet mehr Kollektivismus und umgekehrt. Kann man auch darüber diskutieren, ob das so ist? Okay, nehmen wir es einfach mal so hin. Ich will ja auf ein Thema hinaus. Malte das ganz kurz mal im Blick. Also, der Spruch sagt, es ist nicht wichtig, dass ich lebe, nur dass ich meine Pflicht tue. Das heißt, die Pflicht für die Gemeinschaft, das interpretiere ich jetzt so. Auf einem Schiff sind die Matrosen, die müssen ihren Job zusammen machen und das Schiff zusammen steuern. Also nicht ich, mein Leben, mein Individuum, meine Einzelheit ist nicht wichtig, nur das größere Ganze und dafür tue ich meine Pflicht. Das ist der Geist und der Hauch der Geschichte aus 1932. einer Zeit, wo die Mentalität anders war. Warum rede ich darüber? Ich habe heute mal wieder ein Erlebnis gehabt. Und es ist nichts Neues. Es ist im Prinzip, ich habe da schon darüber berichtet, es kommt ja regelmäßig vor. Ich bin also beim Arzt gewesen gestern, habe es ein bisschen mit den Bronchien. Ich habe ein Antibiotikum bekommen und habe auch eine Maskenbefreiung. Habe die auch nochmal aktualisieren lassen nach den neuesten Richtigen mit den Symptomen. Was da so alles passiert. Und bin halt zur Apotheke und wollte die Sachen holen. Hatte natürlich alle mit Maske. Und dann sagt sie zu mir, ja, haben Sie keine Maske? Ich sage, nein, ich bin befreit. Sehen Sie gleich an den Rezepten. Ja, nee, das reicht aber halt nicht. So nach dem Motto, das kann ja jeder erzählen anhand der Rezepte. Und das Rezept ist ja auch für Ihre Frau. Ja, habe ich gesagt. Ich habe trotzdem einen Test. Ja, möchte ich mal sehen. Ich habe also schon echt angepisst, ihr hingegeben. Dann sagt sie, ja, Sie müssen doch trotzdem eine Maske tragen. Das haben wir so beschlossen. Ich denke so, ernsthaft? Ich sage, und da konnte ich nicht an mich halten. Sie wissen aber schon, dass das alles wissenschaftlich überhaupt nicht evidenzbasiert ist. Und diese ganze Scheiße, habe ich gesagt, läuft nur deshalb, weil sie alle mitmachen. Und dann bin ich rausgegangen. Ich habe mich angefangen zu diskutieren. Ich habe mich wieder tierisch aufgeregt. Ich kann dann nicht an mich halten. Mich regt das auf. Mich zieht das auch psychisch echt runter. Ich kriege dann Kopfschmerzen. Ich bin so sauer über diese Scheißdummheit und diesen Wahn. Und warum erzähle ich das jetzt in Verbindung mit dem Schulschiff? Ganz einfach. Meine These heute ist, wir driften gerade wieder krass in Richtung eines ungesunden Kollektivismus weg vom Individualismus. Also, wie begründe ich das? Zum einen sieht man ja hier, wir haben eine starke Regelfixierung. Logik oder der Einzelne zählen nicht. Denn, wie gesagt, wir haben die Evidenzbasierung nicht, aber es wird trotzdem immer gemacht. Es ist Schwachsinn, Leute waren zum Beispiel vor der FFP2-Maske. Trotzdem tragen sie in der Apotheke alle die FFP2-Masken. Es ist völlig widersinnig. Es ist schwachsinnig. Es macht keinen Sinn. Es ist unlogisch. Aber es wird trotzdem hart durchgezogen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Es ist nicht das erste Mal, dass man mich zwingen möchte oder mir das sagt. Ich müsse das tun, obwohl ich einen Attest habe. Das heißt, diese Leute gehen regelmäßig hin und verlangen, dass ich für das Kollektiv, für alle und für die Regel, meine Gesundheit schädige. Das Individuum und seine Gesundheit hat sich der Regel dem System, dem Staat und dem Kollektiv unterzuordnen. Das steckt für mich dahinter. Du musst mitmachen und es ist uns egal, ob du deine Gesundheit schädigst. Du wirst das jetzt tun. Die verlangen von einem nochmal, dass man die Gesundheit schädigt. Was ist denn, wenn einer richtig Aspen hat? Und der kippt um, wenn er das macht. Die zwingen ihn trotzdem. Wir übernimmten dann die Haftung, kriegen den Schaden. Normalerweise müsste man den Leuten auch Zettel hinlegen und sagen, hier, kann ich gerne machen, wenn sie die Haftung übernehmen. Sie hatte mir auch gesagt, ja, also entweder ich trache in die Maske drin, oder ich muss draußen warten. Also ist es schon ein bisschen wie ein Aussätziger, ne? Also wir müssen mal ganz kurz drüber nachdenken. Es geht nur um das Stubefolgen von Regeln. Ich bin ja nicht krank. Ich habe ja keine Symptome. Wenn ich Symptome hätte, würde ich auch nicht reingehen. Aber ich bin gesund. Ich bin nicht krank. Und normalerweise ist es ja so, dass ich nur die Krankheit spreade sozusagen oder nur andere anstecke, wenn ich Symptome habe. Offensichtlich würde ich hier kollektiv ankommen, das wäre auf einmal anders. Wenn das aber so wäre, dass ich ohne Symptome und ohne mich krank zu fühlen, jeden mit allem anstecken könnte, dann dürfte ich gar nicht mehr rausgehen. Dann könnte ich mich nur noch in meiner Höhle verkriechen aus Angst. Weil dann könnte jeder, der gesund aussieht, mich sofort anstecken mit Noro, mit irgendeinem anderen Magendarm, mit Erkältung, mit Grippe, was auch immer. Dann könnte ich am Leben gar nicht mehr teilnehmen. Nochmal. Also, ich soll mich unterordnen, soll mich quasi nicht so beschissene anstellen und soll meinen gesundheitlichen Schaden riskieren für die Regel und für die anderen und die Gesundheit der anderen. Das ist ja sozusagen das Narrativ. Ich bin verantwortungslos, ich bin böse, ich bin egoistisch, ich bin ein Spreader, ich mache andere krank, ich bin ein Leugner, ein Covidiot, ich bin verantwortungslos, ich bin böse. Das ist natürlich alles nicht logisch basiert, aber das macht nichts. Das ist das Narrativ und die starke Emotionalisierung. Und weil wir eben so stark emotionalisiert sind, leidet ja auch die Ratio, habe ich schon mal erzählt. Wir gehen dann in so einen Reptilienhirnmodus, das heißt, wir gehen auf Grundinstinkte runter, Angriff, Flucht, Totstellen, sowas zum Beispiel. Das sind die Reflexe, das heißt, in dem Moment, wo wir in Panik und in ständiger Angst und Anspannung sind, reagieren unsere Körper und unsere Hörner anders. Und da ist weniger Ratio, sondern eher Überlebenstrieb, eher Emotionalität. Ein Plus an Emotionalität kann eben bedeuten, dass meine Ratio, mein Verstand, mein klares Durchdenken, wie das so die Aufdührung immer wollte, stark leidet und ich eben eher irrationale Handlungen vollführe. Das mal im Kopf behalten. Und das heißt, dieses Kollektiv und die Gesundheit des Kollektives ist wichtiger als der Einzelne und seine gesundheitlichen Schäden. Das halte ich jetzt mal fest. Wie war denn das bei den Nazis? Da gab es ein Wort, Volksgesundheit. Denkt mal daran. Volksgesundheit. Alles für die Gesundheit des Volkes. Alles hässliche Stören, du musst ausgemerzt werden. Das war bei den Nazis so. Und jetzt soll mir nicht gleich einer kommen mit, ich verhandlose die Nazis oder so. Ne, darum geht es nicht. Ich ziehe auch nicht den Vergleich zwischen Maske und Nicht-Maske auf mit hier nachher Euthanasie oder sonst was. Das mache ich gar nicht. Aber es geht mir um das Prinzip, das Kollektiv ist das Hörstehende und wir ordnen uns alle unter und jetzt kommt der zweite Punkt meiner These, wir werden alle uniform und verlieren unsere Individualität. Jedenfalls zum Teil. Steile These, aber ich begründe sie. Wir haben nämlich alle unser wesentlichstes menschliches Merkmal verloren im Augenblick. Unser Gesicht und unsere Mimik. Die sind nämlich hinter einer Maske abgeschottet. Früher hatten Sklavenmasken. Da möchte ich mich immer dran erinnern. Das heißt, in der Masse der Maskenträger geht unsere Individualität verloren. Und das ist auch symbolhaft. Wir ordnen uns der Masse, der Führerin Merkel und der Politiker, die, ich möchte es nochmal betonen, in einem Gremium arbeiten, das so von der Verfassung, Verfassung, naja, ihr wisst schon, Grundgesetz, vom Grundgesetz nicht so vorgesehen sind. Wir werden uniform, keine Gesichtszüge mehr zu sehen. Wir sind wie eine Masse und so kommt es mir vor wie eine Masse Zombies, die alle nach einem Programm laufen. Und der Einzelne, das Individuum, der Gesicht zeigt, was früher ganz normal war, der ist der Böse. Und der ist sofort gestempelt als Dissident. Der wird nicht gesehen als, oh, der ist vielleicht krank, ich frage mal, geht es dem schlecht? Nein. Da geht man sofort hin, haben sie keine Maske? Sie müssen aber trotzdem eine Maske tragen. Mindestens 50% der Läden sind so, dass sie mit einem Tonfall rangehen, der anklagend ist. Meine Ansicht, doch meine persönliche Beobachtung, es mag vielleicht bei euch anders sein. Und sie gehen nicht liebevoll und wertschätzend hin und sagen, sie haben ja keine Maske, sind sie krank, haben sie den Attest? Geht es ihnen schlecht? Oh, okay, kein Problem. Finden wir eine Lösung? Also in der Apotheke hatte sie eben gesagt, als ich da ohne drin stand, ja, naja, wir lassen es ihnen mal durchgehen, weil der Mindestabstand ist ja groß genug. Also man wird auch behandelt wie ein kleines Kind, ne? Wir sind hier, also von oben nach unten, du da unten, ne? Ja, du darfst das eigentlich nicht, aber wir sind mal gnädig zu dir. Weil wir so nett sind zu dir, lassen wir dich gewähren, ja? Also auch in dieser Kommunikation merkt man schon mal, man wird runtergesetzt. Es wird eben nicht gefragt, wie geht es dir? Schädigst du deine Gesundheit? Bist du vielleicht schwer krank? Nein. Du hast im Prinzip eigentlich eine Schuldanklage. Trägst du keine Maske, bist du dissident und schuldig. Du bist Spreader, du bist Egoist, gefährlich und vielleicht Covidiot. Das ist sofort das Label, was du bekommst. Okay, vielleicht übertreibe ich jetzt. Vielleicht sehe ich es ein bisschen hart, vielleicht seht ihr das weniger kritisch. Vielleicht, das sind auch nicht alle so. Okay, will ich relativieren, aber mein Gefühl sagt mir, okay, vielleicht sehe ich auch durch eine angespannte Brille, okay, aber mein Gefühl sagt mir, dass viele so in meiner Wahrnehmung sind. Vielleicht ist eure Wahrnehmung anders. Das hätte ich gerne im Kommentarbereich. Auf Rei3 könnt ihr ja kommentieren. Wie gesagt, auf YouTube bin ich immer noch gesperrt, weil ich ja, naja, Fragen gestellt habe und ich wäre über, ja, auf eure Meinung wäre ich tatsächlich gespannt. Tatsächlich. Aber ich sehe es halt so und damit fasse ich nochmal zusammen das Video. Nummer 1, wir alle ordnen uns einem Kollektiv unter, gehen mehr auf das Kollektiv und die Regeln und das System ein, dem zu folgen, ohne zu fragen und wir opfern unsere Individualität, weil wir in der Masse mit der Maske unser wesentlichstes, unser menschliches Gesicht nicht mehr zeigen und dann Individualität verlieren und zu einer, ja, so einer Art zombinoiden Masse ohne menschliche Emotionen, die man sehen kann, sieht man von der Gestik ab, vorkommen. Das ist meine These. Wir kippen also in den ungesunden Kollektivismus. Meine Führerin Merkel und mein gesundes Volk sind alle. Es ist nur wichtig, dass ich meine Pflicht tue. Nicht, dass ich gesund bin oder dass ich lebe. Mit dieser Provokation wurde mir lebt. Mirab